Herzlich willkommen auf der Playlist zur sozialen Dreigliederung, hier auf dem Kanal über das Leben und Werk von Rudolf Steiner. Mit den Videos in dieser Playlist wollen wir euch die Idee der sozialen Dreigliederung in verständlicher Weise und mit zahlreichen konkreten Beispielen nahe bringen. Uns ist es zudem ein Anliegen aufzuzeigen, dass die soziale Dreigliederung in der Lage ist, auch bei den drängenden gesellschaftlichen Problemen der Gegenwart weiterzuhelfen. Die soziale Dreigliederung wurde erstmals während der französischen Revolution 1789 unter dem Schlachtruf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in die Herzen der Menschen gebracht. Später wurde dieses Ideal von Rudolf Steiner aufgegriffen und theoretisch untermauert. 100 Jahre später erleben viele Menschen, wie sich eine Art Zeitfenster geöffnet hat und es endlich wieder eine reale Möglichkeit gibt, mit der Dreigliederung eine Humanisierung der Gesellschaft zu erreichen. Mein Name ist Markus und ich studiere Wirtschaft an der Universität in Freiburg, weil ich mich für eine menschengerechte Wirtschaftskultur im Sinne der sozialen Dreigliederung einsetze. Ganz besonders liegen mir dabei Friedensprojekte am Herzen. Als BWL-Student mit Wissenshunger freue ich mich über diese Playlist mit einigen renommierten Vertretern der sozialen Dreigliederung ins Gespräch kommen zu können. Meine Rolle als Moderator dieser Playlist sehe ich also darin, Interviews mit interessanten Menschen zu führen, die eine Veränderung der Gesellschaft im Sinne der sozialen Dreigliederung anstreben. Aus Interesse an der Dreigliederung habe ich eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die mittlerweile aus Dreigliederern aus ganz Deutschland besteht. Seit März 2020 trifft sich die Gruppe wöchentlich per Videokonferenz, um gemeinsam weiter an der Umsetzung der sozialen Dreigliederung zu arbeiten. Aus dieser Arbeit heraus ist auch eine Liste mit 100 konkreten Umsetzungsvorschlägen hervorgegangen, die Top 100 Ideen zur sozialen Dreigliederung. Diese Lösungsansätze und weitere Ideen sind auf der Website wende.jetzt zu finden. In einem zweiten Format wollen wir die verschiedenen Akteure der Dreigliederungsinitiativen zu Wort kommen lassen. Im Rahmen einiger Videokonferenzen unter dem Namen von Mosaik konnten sich in den letzten Jahren bereits einige Dreigliederungsstandorte und Initiativen vorstellen. Darunter auch die Dreigliederungsurgesteine Achberg und Bad Boll, die Initiativen aus Berlin und Dornach, einige andere Dreigliederungsschulen und Gruppen sind mit von der Partie. In diesem Format Dreigliederungsinitiativen aus den Gesprächen von Mosaik erwarten euch also wertvolle Erfahrungsberichte aus der Praxis von Dreigliederern, die sich aktiv für die Umsetzung der sozialen Dreigliederung einsetzen. Konkret heißt das, ihr dürft euch auf regelmäßige Videos zur sozialen Dreigliederung in dieser Playlist freuen. Wir bemühen uns, dass wir die Videos, wenn möglich, jeden Montag um 20 Uhr live schalten. Wir sehen uns im nächsten Video.